Musik 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 Und ich sage eigentlich eine Sache, ne? Diese Streichel, Pranks und so, die gehen irgendwann richtig in die Hose. Neulich, als ich auf der Gamescom war, schaut einmal was passiert ist. Musik Das Video, 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 Video. Video, alles cool, alles cool. Alles gut, mein Video. Du bist doch dieser Merz, du Wichser. Das ist cool, Mann. Was geht ab? Ich denke, was geht... Warum sucht ihr doch wieder die Kanacken aus? Wir wussten, weil die durchgehen. Ja, die Kanacken sind die Geilsten, weißt du. Ey, ich weiß, Digga, das war auf jeden Fall der Funktion, Digga. Digga, ich habe auch gut geschoben. Bei dem habe ich gerade ein bisschen geschoben, Digga. Muss ich zugeben. Ey, ich meine, du kommst durch, ich denke, ah, gleich geht's los, Digga. Egal, ich muss richtig zugeben, ne? Ich habe nicht gewusst, dass das Kanacken sind. Nehm mir einfach die Käppi ab, ich hau ab, ich höre nur noch von hinten. Du Hurensohn! Da habe ich erst mal gut gedacht, shit, gleich geht's los. Dann habe ich hier noch ein Video mit zwei richtigen Motherfucker. Sorry, was war das für eine Flagge? Lothar Donnerstag. Hä? Was ist denn Lothar Donnerstag? Was ist los? Was ist denn los? Was ist denn los? Das ist meine, Mann. Das ist meine, Mann. Und wir sind es mit zwei, klar? Digga, habt ihr meine Muskeln gesehen, Jungs? Und was interessiert mich das? Digga, passt mal Bizeps an. Von Salat schrumpfst der Bietze jetzt. Von dein Arsch. Einfach sinnlos, Digga. Kommt und sagt von Salat schrumpfst. Auch noch schrumpfst. Von Salat schrumpfst der Bietze. In dein Arsch, elle. Und das ist neulich passiert, als ich mit einem Kollegen unterwegs war. Digga, ich dachte mir, was geht ab jetzt? Excuse me, Sir. You can't stand here. You can't stand here. That's Bulgari, you know? You can't stand here. Can you please move on? Nobody can forbid me that. Oh my god. Fuck off. Nobody, I'm living here. This is an official place. You touched me, you know, right? You touched me right now, you know? I just wanted to speak with you. And you touched me. So you can say sorry and it's all right. I have not to be sorry. Er kommt, Digga, und haut mich einfach hier und ich sag, der, you touched me. You know, Wayne Train. Ja, ich muss sagen, Leute, das ist echt gefährlich. Eines Tages werde ich noch kassieren. Wir wissen es alle. Ja, man, das war meine Folge. Mehr hat kassiert. Falls ihr mehr sowas sehen wollt, lass einen Daumen hoch da. Und ich will ein Experiment machen, Leute, ganz ruhig. Ich will gucken, wie viele aktive Abonnenten ich habe. Das heißt, wenn du gut aktiv dabei bist, dann lass einfach mal einen Daumen hoch da. Ich will gucken, wie viele Daumen hoch das Video kriegt. Einfach so als Experiment, wie viele aktive Zuschauer ich habe. Also, falls du aktiv bist, lass einen Daumen hoch da, Kumpel. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hopp rein und putz, Digga! Das ist eine interessante Frage. Aber weißt du, was ich dazu sage? Avocapene du Bugatti! Avocapene du Bugatti!